Der Grieche hat es gemacht. Aber tut das nicht ein bisschen weh, gegen eine griechische Mannschaft ein Tor zu schießen? Und dann wird es Grieche essen? Der Grieche hat es gemacht. Der Grieche hat es gemacht. Der Grieche hat es gemacht. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020